Also, wir sind jetzt hier draussen und haben ein echt Hammer-Cosplay gefunden. Jetzt wollte ich fragen, wie gefällt dir Gamesoul-Afig? Bis jetzt finde ich es mega cool hier. Man merkt, dass viel Liebe drin steckt für das Thema Gaming. Und ich bin mega gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Es ist zum ersten Mal hier. Also, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt, ja. Mega cool. Da bin ich auch mega gespannt. Und jetzt gehen wir auf dein Cosplay ein. Wer bist du und aus welchem Spiel bist du? Das ist Ezreal aus League of Legends. Ein Spiel, das wahrscheinlich viele kennen. Mega cool. Und du hast sehr viel Zeit und Liebe investiert. Das sieht man mega. Aber mich nicht so zu wundern, wie viel Zeit hast du heute am Morgen investiert? Also, ich habe meinen Wecker auf 60 gestellt. Und ja, ich rechne meistens so 2 Stunden fürs Ganze, für Make-up und halt alles anlegen. Natürlich konnte ich zum Autofahren nicht komplett alles anlegen. Und den Rest dann noch vor Ort fertig gemacht. Aber ja, ich sage mal, so 2 Stunden habe ich schon gehabt. Mal, ich merke gerade, Cosplayer sind schneller unterwegs als ich. Ich habe für mich eine Stunde eingerechnet mit Alec und allem zusammen. Also, ihr seid echt Hammer unterwegs. Und genau, möchtest du noch gerne etwas sagen? Und wo kann man dich überhaupt finden? Also, man findet mich auf Instagram unter minus-ten-degrees-celcius-cosplay. Ich bin vor allem dort vertreten. Ich bin auch auf Twitter und auf TikTok. Unter dem gleichen Namen sollte man mich eigentlich finden. Ja, von dem her. Genau. Ja, also es ist mega cool hier zu sein. Ich hoffe, dass noch viele weitere Leute kommen. Es hat auch ein paar Cosplayer da, was ich mega cool finde natürlich. Und ja, was ich noch sagen möchte ist eigentlich, wenn ihr euch mal irgendwie müde fühlt oder so, wenn ihr hier seid, haben wir Mana Potions und Help Potions an der Eropped Lounge Bar. Mega cool. Ich fühle mich gerade ein bisschen down. Darum würde ich dann wahrscheinlich irgendetwas dort holen, damit ich wieder ein bisschen aufgetankt werde. Danke dir viel, viel Mal und noch ganz viel Vergnügen. Merci Gleichpass für Spass.